OpenAI verdoppelt den Unternehmenswert. Die Investitionsrunde ist zu Ende. Es wurden 6,6 Milliarden Dollar eingenommen, unter anderem von Microsoft und Nvidia, die daran beteiligt waren. Apple hatte allerdings ausgeschlagen, das Angebot bei OpenAI zu investieren. Der Unternehmenswert steigt von ungefähr 86 auf 157 Milliarden Dollar. Die Investoren haben allerdings das Recht, das Geld sofort wieder rauszuziehen, wenn es OpenAI nicht schaffen sollte, innerhalb von zwei Jahren in eine For-Profit-Organisation zu konvertieren.